Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du entweder Holz oder Erde bist. Das sollte helfen. Vorwärts! Oh, danke fürs Mitnehmen! Das ist aber sehr nett von dir. Wie kann ich das in den Scheiß denn platzieren? Oh, der Lilien-Gleiter. Ach nö, du bist ein Gift, Bee. Gift gefällt mir überhaupt nicht. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Du kämpfst aber tatsächlich recht ähnlich wie dein Vorgänger. Das ist ja schön, dass man das Ding als Wand nutzen kann. Du hast was versucht und es hat nicht geklappt. Das muss man das! Oh. Aua. Ja gut, ansonsten kämpft er wieder andere. Du musst halt nur mal aufpassen wegen dem Gift. Er hat da wieder was aufgebaut. Ich stehe schon bereit, wenn er sich draufstellen will. Na komm, hock dich drauf. Okay, der springt instant runter. Der andere, der hockt erstmal so ein paar Sekunden drauf. Der ist instant runtergehüpft. Das Vieh hat jetzt gerade überhaupt nicht gestört. Einmal trägt nicht damit. Rede ich noch mehr? Ich wollte ihm das Vieh festhalten. Ein verzweifelter Versuch, an diese eine Stelle nachzukommen. So, her damit. Aber ich hab's nicht bekommen, weil er mich noch abgewimmelt hat. Das wird dir nicht gefallen. Nimm das. Oh, das Horn ist gerade abgeflogen. Kann er mich nicht mehr so gut füßen. Vieh liegt im Weg. Ich will das hier haben. Okay, es verzieht sich sowieso. Ne, ich hier noch irgendwas von ihm? Nein, dann kann ich ja hinterher. Es kann losgehen. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Tja. Ich hab dich. Er ist gerade ziemlich doof rumgehüpft. Das ist ja sehr gut. Blühenden Rez. Ein kleider Stützgewebe. Wie komme ich eigentlich gut da unten dran? keine ahnung wie man da unten dran kommt wurde sich einen abzubrechen das kann losgehen das wird hier wo eventuell selbst dann kann ich mich festhalten das wird ihr nicht aua Ich wollte mich ja drankleben und einen Flock reinrammen. Nenn, dass du mich nicht gefinisht hast. Wenn es gerade easy die Möglichkeit dazu gehabt. Toll, irgendwie hat er mich abgebildet. Ich habe mich abgebildet, aber ich habe mich abgebildet. ich habe ein dummes ding sind hier irgendwo fehlen und auch kommen hier sind viele Fäden Ich will den dann mal festsetzen, da man nicht richtig reinliefen kann. Warum kommt hier so wenig raus? Oder kann ich die mittlerweile instantan vernichten und krieg alles? Der ist auch weitergezogen. Diese Peinlichkeiten vernichten wir mal. Das kann man nur mit dem Hammer zerstören. Ich würde mal ausprobieren, ob ich das auch mit dem Schwert kaputt machen kann. Das Ding hat wieder Hüpfe-Spaß. Es kann losgehen. Hey du, magst du mal hier hinkommen? Einmal bin ich auch von dem Teil ausgesprungen. Das war gerade sehr guter Damage. Nimm das. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Bereits. Oh, setz dich nicht da drauf. Oh, du wirst wieder Agro. Oh,auer. Oh,auer. Kann das Ding mal abgehen? Ja, ist das Gift. Der Verzweifelte versucht, das Ding runterzukriegen. Mir ist bewusst, dass Star gegen eine Bombe helfen würde. Dieser Scheißding runter! Das wird dir nicht gefallen. Der Verzweifelte. 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 Ich glaube, ich kann jetzt einfach Instant Vernichtung kriegen. Trotzdem die maximale raus. Das ist eigentlich sehr praktisch. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Es kann losgehen. Nimm das! Perfekt. Das ist schon wieder am fliehen. Also der nächste Hit killt es. 100%ig. Ich stelle die Ballisten jetzt nochmal auf. Und wenn dabei nicht rauskommt, dass das Ding abfällt, dann ist es halt so. Wenn wir das hintere Ding mal bitte treffen. Wenn die Ballisten das ja nicht abbekommen, dann töte ich es. Sie haben es abgetrennt bekommen. Gut, dass ich noch gewartet habe. So, dann töte ich dich mal, ne? Ach, du hast doch noch einiges an Leben in dir. Ich dachte, du wärst schon fast tot. Viel sollte da trotzdem nicht mehr fehlen. Ja. Sag ich doch. So, ich überlege gerade noch, ob ich ihn ohne Stachel auch noch heute fertig machen will. Wie gesagt, wegen Farming. Ich gucke gleich einfach mal in die Schmiedeliste. Ob der ohne Stachel irgendwo wichtig eventuell sein könnte für die Liste da rechts. So, Waffe schmieden. Ich brauche ja nur generell irgendeine. So, mit dem Liliengleiter lag ich richtig. Der ist hier links. Eis. Und aus irgendwelchen Gründen... Eis? Wieso bist du Eis-Nutzung nicht hinterfragst? Am besten gar nicht. Schwanzfeder eines gezähmten Chemono. Das heißt irgendein Vogel. Ah, gut. Den Liliengleiter ein paar mal erschlagen. Dann habe ich auf jeden Fall eine richtig krasse Wasserwaffe. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier der Onyx-Stachel ist. Ich kann mir das zu 100% vorstellen. Ich überlege gerade nur, ob ich den heute noch jagen will. Ich muss sowieso auch mit einem Lava-Rücken einen Goldstachel mächtigen töten. Das würde ich auch off-screen machen. Dann kann ich beim nächsten Mal direkt da dann weiter loslegen. So, wie gesagt, den Onyx-Stachel. Ich überlege gerade, aber ich würde tatsächlich sagen, komm, lass den heute noch jagen. Weil dann kann ich mich wirklich off-screen erstmal dransetzen, dass ich die ganzen Waffen hochfarme. Dass ich da wirklich starke Waffen habe. Ich würde dann aber auch wirklich nur das Katana machen. Ich würde nicht für die Krallen beispielsweise den Weg nochmal machen, weil das wäre so ätzend viel Zeit, die ich reinstecken würde. Ich habe jetzt ungefähr schon 40 Spielstunden mindestens. Ich glaube 42 Spielstunden bin ich jetzt heute. und diese Zeit würde sich verdoppeln. Ich muss das Ding neu ausrichten. Das steht nicht mehr richtig. Weil sich denn die Map ein bisschen geändert hat. Na gut. Ich würde sagen, wir machen den Onyx-Stachel wie gesagt heute noch. Den mache ich ein bisschen länger. Ich versuche ihn einfach ein bisschen schneller zu töten. Diese Geistesblitze sind noch nicht in Erscheinung getreten. Okay, dafür muss ich nur ein bestimmtes Kemono erjagen. Das will ich auf jeden Fall haben, weil dann können die mehr Materialien sammeln. Ultra wichtig. Ja komm, wir machen den Onyx-Stachel sofern ich keine Lecks bekomme heute auch noch. Ich speichere trotzdem sicherheitshalber an der Stelle mal ab. Dann machen wir den Onyx-Stachel heute noch fertig. Und dann würde ich sagen, dann habe ich wieder einen Monat mindestens vor mir. Wo ich dann erstmal farme. Also Whitehearts Farming ist halt wie gesagt echt zum Kotzen. Ich werde jetzt den Onyx-Stachel vernichten gehen. Mich würde nur vorher noch interessieren, äh, Schwäche. Feuer und Holz. So, dann machen wir den Onyx-Stachel auch noch heute fertig. Dann haben wir das von der Liste. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.